Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs finanzieren. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Finanziert. Finanzierte. Hat finanziert. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich finanziere. Du finanzierst. Er finanziert. Wir finanzieren. Ihr finanziert. Sie finanzieren. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich finanzierte. Du finanziertest. Er finanzierte. Wir finanzierten. Ihr finanziertet. Sie finanzierten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe finanziert. Du hast finanziert. Er hat finanziert. Wir haben finanziert. Ihr habt finanziert. Sie haben finanziert. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich finanziere. Du finanzierest. Er finanziere. Wir finanzieren. Ihr finanziert. Sie finanzieren. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich finanzierte. Du finanziertest. Er finanzierte. Wir finanzierten. Ihr finanziertet. Sie finanzierten. Den Schluss macht der Imperativ. Finanziere du. Finanzieren wir. Finanziert ihr. Finanzieren sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verbfinanzieren. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.